Heute gibt es mal ein kleines Korea-Special und zwar hat AlphaFilm angekündigt, dass man Virtual aus dem Jahre 2023 in vier verschiedenen Mediabook-Editionen veröffentlichen wird. Da gab es im Vorfeld schon eine Abstimmung auf der Seite von AlphaFilm und da konnten Interessenten und Sammler eben abstimmen, welche vier favorisierten Cover-Artworks sie gerne hätten. Die vier sind es dann geworden. In dem Film selbst geht es um den jungen Marco. Der lebt zusammen mit seiner kranken philippinischen Mutter in ärmlichen Verhältnissen. Er versucht hier Geld aufzutreiben für ihre Behandlung, versucht sich da im Glücksspiel und auch mit Boxkämpfen durchzuschlagen und Geld zu verdienen. Aber es reicht leider nicht. Der Vater ist verschollen, doch eines Tages taucht hier plötzlich ein Anwalt auf, der behauptet, den Vater zu vertreten. Und so macht sich der junge Marco auf nach Südkorea und muss sich dort dann gegen einen Edelmann, wir sehen ihn hier, und weitere Widersacher durchschlagen und durchboxen. Der Trailer sieht eigentlich schon recht vielversprechend aus. Den kann man sich angucken auf der Seite von AlphaFilm oder besser gesagt Mediabook Shop. Und das verlinke ich euch selbstverständlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da noch ein paar bewegte Bilder angucken. Wir gucken uns jetzt erstmal hier die verschiedenen Cover-Artworks an. Und die sehen richtig geil aus, wurden exklusiv angefertigt für die deutsche Veröffentlichung hier. Und jedes Cover-Artwork oder jedes Mediabook mit dem entsprechenden Cover-Artwork ist dann limitiert auf jeweils 250 Exemplare. Dazu gibt es dann noch ein 44-seitiges Booklet mit einem Textinhalt von Martin Beck. Und hier sind wir bei Cover-Variante C. Das sieht man dann hier am Spine immer. Drei von vier. Asia-Line Nummer zwei. Und dann haben wir hier auch noch die letzte Cover-Variante C. Auch die kann sich natürlich sehen lassen. Asia-Line Nummer eins war ja The Witch. Und da gab es ja auch ein Double-Pack mit Teil 1 und Teil 2. Damals waren die DVDs noch mit dabei. Die wurden jetzt weggelassen bei dieser Veröffentlichung. Es handelt sich dabei um ein Zwei-Disc-Blu-Ray-Set. Und da gibt es dann noch einen Bonus-Film. Denn der Regisseur und Drehbuchautor von The Child, der hat hier auch das Drehbuch beigesteuert zu The Witch, Teil 1 und 2. Und auch schon zu I Saw The Devil. Und bei I Saw The Devil war derselbe Schauspieler mit dabei, wie auch bei Bittersweet Live. Und diesen Film gibt es dann hier auf Blu-Ray nochmal mit dazu. Also ein Zwei-Blu-Ray-Disc-Set ohne DVDs. Das ist schon wunderbar mit dem Bonus-Film Bittersweet Live. Den gab es ja schon im Mediabook unter anderem von Splendid, aber auch von Nameless. Das Kostenpunkt jetzt hier pro Mediabook haben wir 34,90 Euro plus Versandkosten 3,90 Euro. Veröffentlichungsdatum ist voraussichtlich der 24. November 2023. Bestellbar im Mediabook-Shop. Und zu jeder Bestellung gibt es dann noch eine Postkarte und ein Dankes-Flyer mit dazu. Sieht alles wunderbar aus. Macht auch recht viel Sinn. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob hier auch beim Mediabook selbst ein Upgrade stattgefunden hat. Denn den ersten Teil oder die erste Veröffentlichung hier, The Witch 1 und 2, hatte ich euch bereits vorgestellt auf meinem Kanal. Und da ist das Mediabook selbst recht dünn gewesen. Und dann schauen wir mal, ob es hier auch noch ein Upgrade gab. Ansonsten ist es eigentlich hier eine richtig schicke VÖ. Außerdem hat Alpha Film noch angekündigt, im Zuge ihrer Asia-Line hier die Nr. 3, Train to Busan, ebenfalls in vier verschiedenen Mediabook-Cover-Artworks zu veröffentlichen. Auch da gab es eine Abstimmung auf der Seite von Alpha Film. Und auch hier sind das dann die vier finalen Cover, die demnächst in den Verkauf gehen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es hier noch nicht. Dürfte aber auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Hier haben wir dann, wie gesagt, vier verschiedene Cover-Artworks. Der Film stammt aus dem Jahre 2016. Mit dabei ist Don Lee, der zusammen mit seiner Frau und noch weiteren Passagieren hier den jungen Mann mit seiner Tochter auf dem Weg von Seoul nach Busan ist. Und dann gibt es hier eine Zombie-Apokalypse in diesem Zug. Wir sehen es hier und dann müssen sich die Passagiere gegen diese Zombies zuwehr setzen. Aber natürlich auch gegen ihre eigenen Ängste und Vorurteile. Die Artworks sehen auch richtig fantastisch aus. Wir haben vier verschiedene Cover wieder zur Auswahl. Ebenfalls jedes Cover limitiert auf 250 Exemplare. Und hier haben wir dann ein 44-seitiges Booklet inklusive einen 20-seitigen Comic zum Film. Das gucken wir uns jetzt alles mal hier nacheinander an. Auch hier geht es dann wieder von der Vorderseite auf die Rückseite über. Ja, sehen alle auch sehr nice aus. Das muss man ihnen schon lassen. Da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben. Eben optisch auf jeden Fall mal ein Hingucker. Und hier haben wir dann auch noch ein paar Vorschau-Bilder, die uns auf der Seite von AlphaFilm im Media Bookshop zur Verfügung gestellt werden. Wie dann auch dieser Comic aussehen wird. Von wem der Textinhalt im Booklet stammt, das weiß ich leider nicht. Da stand noch nichts dran. Außer ich habe was übersehen. Könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare ergänzen. Und als zweiten Film gibt es dann hier noch Soul Station mit dazu. Das ist der Horror-Anime, das Prequel sozusagen zu Train to Busan. Also das gibt es dann hier auch noch mit dazu in dem Media Book. Auch hier wieder ein Zwei-Disk-Media Book. Zwei Blu-Rays auch ohne DVDs. Auch das natürlich wunderbar. Dann fehlt hier eigentlich nur noch Peninsula. Und gerade passend dazu heute hat Amazon ein Angebot zur kompletten Saga. Hier gibt es eben Soul Station, Train to Busan und Peninsula. Inklusive Making-of und auch Audiokommentar und 40-seitigen Booklets. Sowie zwölf Postkarten und ein sehr realisiertes Zertifikat in einer Sonderedition zum Sonderpreis. Wir gucken uns hier nochmal diesen kompletten Umfang an. Also kann sich natürlich auch sehen lassen. Und preislich sind wir dann hier aktuell bei 38,24 Euro. Also wer hier die komplette Saga haben möchte und sagt, die Media Books sehen zwar geil aus, aber das alles dann nochmal einzeln zu kaufen, wird mir zu teuer. Der kann hier zuschlagen und macht damit definitiv nichts falsch. Nämlich Media veröffentlichte im letzten Jahr No Tears for the Dead unter anderem in mehreren Mediabook-Cover-Varianten und dann nachträglich auch noch in der Keepcase-Variante. In dem Film aus dem Jahre 2014 geht es um einen Auftragskiller, der traumatisiert ist, weil er ein junges Mädchen bei einem Auftrag versehentlich getötet hat. Und eines Tages bekommt er den Auftrag, auch noch die Mutter von diesem jungen Mädchen zu eliminieren, beschließt aber dann die Mutter zu beschützen, um auch so wieder ein bisschen mit seinem Gewissen ins Reine zu kommen. Und daraus entwickelt sich dann auch wieder ein spektakulärer Action-Thriller. Vom selben Regisseur stammt dann auch der Film The Man From Nowhere aus dem Jahre 2010. Und da gibt es dann demnächst in den USA zum 12. Dezember hin die 4K Ultra HD plus Blu-Ray Keepcase-Variante. In diesem Film geht es um die chinesische Mafia, die da in Seoul ein paar Kinder entführt, diese zuerst für ein paar kriminelle Dienste einsetzt und dann bedienen sie sich an den Kindern, wenn die im entsprechenden Alter sind, um dann noch Organhandel zu betreiben. Also wirklich übel und der Ex-Elite-Soldat hier, der hat ein junges Mädchen als Freundin, welche dann auch von dieser chinesischen Mafia entführt wird. Und er beschließt dann mit allen Mitteln dieses Mädchen aus diesen Fängen dieser Bestien zu befreien. Tierisch geiler Streifen und wie gesagt ab Dezember dann in den USA in 4K verfügbar. Und mal gucken, ob es der dann auch zu uns schafft, ja, in 4K und vielleicht auch im Mediabook. Wir werden es sehen. In diesem Sinne soll es das gewesen sein mit diesem kleinen Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!